Meine Damen, meine Herren, Vorhang auf und einen kräftigen Applaus für die Bahnbrechende, die neue, die grüne Serie der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, der grüne Albtraum. Einen Tag leben wie Robert Harput. Erleben Sie Michi Müller in der Rolle seines Lebens, mittendrin im grünen Mist. Nach Michels Erfahrungen im grünen Leben ziehen die zwei AfD-Abgeordneten Resümee. Und? Hat euch das Video gefallen? Könnt ihr euch das vorstellen, einen Tag im Leben von Robert Harput dauerhaft zu führen? Ich denke, Uli, jetzt schaue ich mal zu dir. Wir können uns das beide nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen und wir möchten uns das auch nicht vorstellen. Und deswegen treten wir vom ersten Tag an hier für genau das Gegenteil ein. Wir kämpfen nämlich für Freiheit, für Selbstbestimmung und für ein Leben, das so ausgerichtet ist, wie jeder selbst es möchte. Dazu gehört natürlich auch günstige Energie, günstiger Kraftstoff, eine günstige Mobilität auf dem Weg, wie jeder es möchte. Dafür setzen wir uns ein von Anfang an und das werden wir auch weitermachen mit unzähligen Anträgen, mit unzähligen Initiativen und mit guten Ideen des gesunden Menschenverstandes. Deshalb sind wir als AfD-Fraktion hier im Landtag von Sachsen-Anhalt euer Partner für Wohlstand, für Frieden, für Freitag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Wahl, wenn es heißt, den grünen Albtraum für immer beendet. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus